Was macht der? Machlau, steig doch mal ab! No! Geh rein da, geh rein in den Truck! Oh, scheiße! Geh rein! Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei GTA Online. GTA 5 Online, besser gesagt. Und mit dabei sind wieder die üblichen Verdächtigen. Onkel! Ja! Das war gut, das kam jetzt unerwartet. Dann haben wir Mr. Helm dabei, diesmal. Warte, Zeit. Den Quizplay, unseren Livestreamer. Hallo meine Lieben! Den Gabax! Jo, hallo Leute! Den Noxy! Ich mag Züge! Den Acid! Hä? Was? Ich bin nicht dabei, oder was? Doch! Ich weiß nicht, Acid entfernt sich irgendwie in letzter Zeit ziemlich oft. Was ist denn los, Acid? Acid hat sich verflüssigt. Okay, Acid ist weg, er ist aber eigentlich da. Aber er ist gerade, also nicht da. Ja, sonst sind doch, hab ich ja alle gesagt. Ne, und der Revano-RP, ich. Ja, hi! Der Acid holt sich Taschentücher. Genau. Oh Gott. Warum, wegen seiner Nütte, oder was? Oh, so kackt, boah. Ja, und das... Kiki, grüß dich! Also. So, wann geht das jetzt hier los? Wann geht das hier los mit dem Trecker? Ich weiß ja nicht, was mit Acid ist. Drückt drauf jetzt. Und da! Trecker von! Ja, Wahnsinn! Trecker, bist du wieder da? So, geht's los. Oh, der Acid ist dabei. Sag mal, hallo. Jetzt ist aber so ein Ding, jetzt weiß ich nicht, soll ich jetzt, ähm, ein Joy-Pad nehmen und drüber mal so eine Tastatur? Was ist das denn jetzt überhaupt? Trecker von. Ich hab das doch gerade erklärt, ihr müsst, das ist wie Capture the Flag. Ihr müsst, nein, ihr müsst von, äh, wir haben, jeder, jedes Team hat seine Seite und hat einen Koffer und das andere Team muss versuchen, den Koffer sich zu schnappen und bei sich wieder hinzubringen. Das ist wie Capture the Flag. Das ist geil. Okay, ist sehr gut, dass ich bei Onkel bin, dann weißt du ja Bescheid. Zu Fuß oder mit Auto, also. Okay, ich hab die Zwei-Weiber, also ich hab die Zwei-Weiber im Team, das kann ich mir gut merken. Okay, was machen wir den ganzen Tag? Tracker fahren. Der eine hat oben Zöpfe und der andere hat unten Zöpfe. Tracker fahren. Oh, komischer Dreck. Ich will Rob-Ed. Nee, das sind doch keine Tracker, das ist ein Quatsch. Was ist das für ein Dreck? Das ist das die neuen, modernen, oder was? So, was jetzt? Nee, da steht irgendwo ein Drecker rum, nicht richtig. Ich guck hier, siehst du, das ist unser Ziel, da müssen wir es hinbringen. Also hier müssen wir es hinbringen, okay. Alter, mein Mann, wir müssen... Hey, ihr wollt wachen? Meiner muss jetzt hier erstmal einen Helm aufziehen. Wow! Ich überschlag mich erstmal direkt. Helm, leih mir mal einen Helm! Von lauter Motivation. Oh, hier zieht es hier erstmal einen Helm auf. Alter, was ist denn mit dem Ding kaputt? Also, sind das die gleichen Koffer, die die einsammeln müssen, oder? Nein, weiß ich nicht. Können wir auch schießen? Oh Gott! Wow! Können wir auch schießen? Ja, klar. Worauf? Ei, auf dich! Oh, ey, nein. Steig aus! Ich muss das da tun. Ich hab mit Pett gespielt, da kannst du warten. Ich auch grad. Ich muss es besser. Da kannst du nicht zielen. Alter, ich bin grad aus Versehen... Einsteigen? Scheiße. Chris? Und jetzt? Was? Einsteigen? Ich hab die Pistole in der Hand, oder? Wecker fahren. Wenn du das Pistole nimmst... Warte, da oben, da vorne? Hallo! Oh! Scheiße, der hat zu tun. Nee, ich kann doch ausschießen. Und jetzt? Aber wir müssen ja den Koffer da hinkriegen. Welchen Koffer denn? Wo ist der denn? Das ist ein Koffer. Bei uns auf der Seite steht ein Koffer, bei uns auf der Seite steht ein Koffer. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich komme! Lass mich doch in Ruhe Trecker fahren. Ich muss meine Zuckerrüben abgeben. Wie kann man denn schießen, verdammt nochmal? Au! Aber ich hab's auf jeden Fall hingebracht. Müssen wir jetzt den... Den Fieldmaster hab ich weggebracht. Was denn? Was müssen wir jetzt... Ihr müsst unseren Koffer nehmen. Ihr müsst unseren Koffer nehmen und gleichzeitig euren verteidigen. Vorsicht, Moses ist hier hin. Pass auf. Hä? Ach, apropos, ich merk gerade, nein, es geht bis zum Einkoffer. Sorry, da hab ich euch falsch beraten. Loll. Dreh war auch noch richtig platt gemacht, aber Dreh war noch platt gemacht. Der blaue Punkt, der blaue Punkt ist der Koffer. Den musst du schlappen und zu dir hinschaffen. Hinschaffen. Blau Max! Was denn? Mit dem Helm wäre das nicht passiert. Nee, ich hatte den Helm, oder? Nee, nicht mehr. Der ist abgeflogen. Oh! Ich mach gerade ein Salto. Ich bin gerade gegen irgendwas gefahren. Was ist das? Eine alte Kanone, okay. Ein Mensch. Nee, es war eine Kanone. Hoch! Äh, alles klar, Chris. Eine Kanone, eine Kanone. Hoch! Der wollte einfach mal aussteigen. Ach, und der Trecker ist... Ach so, ich hab's begriffen. Ach so, ich hab keine Munition mehr. Schadam. Schadam. Weiß ich, ich hab keine Munition. Ich auch nicht. Oh, Leute. Lass mich durch hier. Der Trecker ist der Koffer, sozusagen. Ihr müsst den Trecker zu euch ins T-Shirt. Deswegen Trecker fahren. Ah, hier wirklich gegen jedes einzelne Ding. Jetzt steig ab doch, du scheiß Fing. Mein Gott, dass du einmal den Helm aufziehen musst. Wo ist der scheiß Trecker denn? Gott, seid ihr schlecht. Vor allem muss ich immer wieder total dreckig. Scheiß, Essit. Och, Mann, Essit. Was machst du denn? Ja, absteigen und die Waffe rauszuholen. Ich werd vom... Quatsch, brauchst du nicht einfach rechte Meister zu drücken. Nein, ich hab einfach nur auf dir geparkt. Da gibt's einen Unterschied. Mein Gott, bist du nervös? Nein, nein, nein. Was ist das denn? Alter. Oh, er ist tot. Ist das schön. Oh, guck mal, ich lieg auf der Hupe. Alter, Onkel. Ich danke der Natur, dass der Onkel dort stand. Wir haben überhaupt keinen Trecker hier. Doch, der blaue Punkt. Fahr los, der blaue Punkt. Da ist Schattel-Riwano wieder. Das ist interessant. Ah, jetzt kapier ich. Ich hab den Onkel erwischt. Wir müssen immer den Trecker dahin bringen, weißt du? Wie hab ich das denn gemacht? Wie lange soll das denn dauern, wenn jeder den anderen immer über den Haufen schießt und wieder ein Stück zurückfährt? Yeah, ich komme. Oh, dieses Scheiß-Quatt. Das Quatt hat sich hier im Rad ver- Verdreht, ey. So, wir können. Komm, fahr. Trecker, fahr. Fahr, fahr, fahr. Fahr, 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 fahr. Bissi, warte, ich folge dir, warte. So, jetzt komm. Wir waren hoch. Und, jetzt. Kommst du? Ihr Scheiß-Trecker, wie weit sind die denn schon? Wir sind nach vorne. Der Trecker ist über am Stadtpunkt. Ich bin Schmerz-Rot abgeben, der steht wieder hier. Käpt'r ist in Lümmel, ich komm. Oh, ich komm gleich. Ich hab erst gerade einen Baum gebomst. Oder der Baum hat einen Milch gebomst. Was ist denn jetzt los? Könnt ihr euch aussuchen. Wo hast du das Mg hier? Das liegt hier rum. Das liegt rum. Ja, die liegen hier rum. Hier liegen Waffen rum. Cyber-Asset! Hau ab! Nicht krass. Nicht krass. Alter! Wir spielen hier her! Oh, fuck man, ihr Drecksäcke! Ich hab' your Faust-Kampf. Fern-Faust-Kampf. Ne. Pass schon. Oh, der lädt nicht nahe schnell genug. Krass. So, wie war das doch bei der Fahrschule? Erst mal die Zündung? Ja. Ja. Ich wollte der Helm auch nicht vergessen. Genau. Den Reifdruck musst du überprüfen. Dieses Tastatur-Gelb. Alter! Das zieht mir im Sack. Ja, einfach einer spawnt bei mir hier. Ja, komm, fahr! Weg! 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 Ich glaube, ich stand zu Fuß. Kaiser, ich wollte dich töten. Oh, du Fenner! Oh, fuck! Ich bin auch tot! Okay, da haben wir was. Nehmen wir das Mg hier. Oh, ja. 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 Wird nix. Die Trecker, die getarnt sind als Quads, ne? Und jetzt? Du musst sie zu deinem Punkt zu deinem Haus bringen. Okay. Leute, ich hab kein Schummer. Komm, steig doch mal ab. Mal hier in der Fresse. Ich mach einfach das, was ihr habt. Ich hab keine Money. Das dauert teilweise so lange, bis der absteigt hier. Und du musst erst mal den Helm haben. Ganz wichtig. Damit du was ziehst. Ah, Drecksack. Ja. Ja, stopp. Nicht so gewalttätig. Oh, dann ist das. Ja. Das hilft nur eins. Guck mal. Guck mal zu mir. Da, ey. Da hilft nur eins. Ja, hier. Leute, ich brauch Schütz. Kommt zu mir. Ich brauch Schütz. Er braucht Schmutz. Wäsche. Papa, warte mal. Ich komm mit. Oh, mal Waffen. Ich hab keine Money mehr. Bleib mal stehen. Zwei Headshots. Ich brauch Papa. Ja, ja. Es reicht für zwei Headshots. Ich komm. Wo bist du? Ich will zu Papa. Wo ist er? Onkel, fahr das Ding heim. Ich hab ein dickes AG dabei. Alles klar. Let's go. Yeah. Hey. Let's go. Let's go. Da, 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 da. Da wart schon. War schon vorbei. Der Traktus will in der Mitte. Ne, da hinten ist einer. Da will der Traktus in der Mitte. Scheiße. Okay, schnell wieder hin. Ey, die haben schon drei Punkte. Die haben schon drei Points. Die alten Geier. Verdammt, ich muss schon wieder hoch. Das gibt's auch nicht. Ja, Gabax. Du weißt ja. Erstmal auf die Straße gucken bevor du drüber läufst. Ja. Ich spring da einfach so über den Zaun und werd überdonnert. Oh, Papa ist Treckerfahrer. Alles klar. Achtung. Ich kümmere mich mal um den da. Ey, wo ist der Typ hin? Hier war doch eben gerade noch einer. Ja. Ach, komm, ja. Ich schiebe sonst mal. Und er macht einmal buff, ne? Hier war eine Schrottflinde. Ich habe auch eine gehabt. Der war eine Mini-Pistole. Nein, das war eine Mini-Gun. Die Schrottflinde. Das war eine Mini-Gun. Alter, warum springt der eben beim Fahren ab? Ah, ich werde abgeschossen. Alter, ich bin gerade im Heulbein hängen geblieben. Äh, das war Absicht. Oh. Was? Nein. Ja, was denn? Hab ich nicht getroffen. Ich weiß nicht. Nein, nein. Oho... Wie reicht, bist du Arsch? Naja, im Fluch ist ein Schafschützengewehr, wie geil war das denn? Ich wurde nicht verliebt. Nein, ich habe kein Schafschützengewehr. Ich aber. Ach, du hast mich? Du hast eine Pistol. Nee, ich habe ein Schafschützengewehr. Was? Ach, du auch? Was macht denn meine? Wieso ist hier kein Fahrzeug? Hallo. Hi, der Bus. Aber der Bus kommt nicht. Ach, ich war hier noch ein Runde auf dem Feld. Was macht denn einer? Und der Fickdreck! Na? Hilfe, 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 Hilfe! Nein! Ja, ihr Stahlfert uns einfach weg! Ihr Säcke! Na, ich verteidige ihn! Ey, ich hab auch mit draufgeballert! Verteidige mein Team! Holt jemand von euch? Gar nicht! Was ist denn da jemand? Ich werde hier eingezäunt! Ey, ich hab keine Waffe mehr! Nein! Ich hab keine Muni! Bist du denn? Ich seh dich überhaupt da! Ich hab auch keinen Muni! Scheiße! Ich sterben! Er haut mir auf die Nase! Und dich verloren! Ja, Paddy, ich weiß! Ja, du weißt ja, Mann! Ja, meine Nase ist empfindlich! Ich hab dir grad geholfen, ja! Bist du ein Hase oder bist du besoffen? Wieso? Nicht du! Oh, fuck! Alter! Wieder so'n Heddy aus dem Handgelenk! Die haben ja alle Sniper, wa? Ja, ja! Habt ihr in die Sniper her? Ja! Liege im Feld rum! Nein! Im Feld würde ich das nicht sagen! Ja, irgendwo am Straßenrand liegen die rum! Ey, Gewehr! Ach ne, das ist langweilig hier oben! Ich geh wieder runter! Nein! So will ich nicht runter! Du Arsch! Boah! Alter! Ich will grad nach der Leiter greifen! Gabak schießt mich an und ich fall über die Leiter einfach runter! Mach laut! Steig doch mal ab! Geh rein da! Geh rein in den Truck! Oh, scheiße! Geh rein! Komm! Ich beschütze dich! Ich brauch zu lange zum Nachladen! Ja! Komm, fahr, 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 fahr! Ja, ich fahr da! 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 Das ist Rektor, genau! Wecker fahren! Hau mal ab mit deiner Pistel! Alter, du kriegst immer das Krisskalder, als würde ich dich anschieben. Das ist doch zum Kotzen hier! Ah, schau ich nicht mehr! Ja, ich hab's! Komm, 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 komm! Schaff's du, schaff's du! Oh, was meinst du denn? Ja! Das ist ein Scheißding durch, ey. Ich hab ihn mal hingelegt. Oh, gewonnen. Ich hab den Schein abgelaufen oder hab den reingebracht? Reingebracht. Kannst du mal sehen, die Runde war echt nice, ey. 6.000 gab's. 6.000 gab's. Boah, vor allem, was da für Dinger dabei waren. Er springt mit dem Moped durch die Luft. Unentschossen. Der geilste war ja Gabax, wie wir beide uns aus der Geschichte gesetzt haben. Ja. Oder Gabas rennt über die Straße. Nee, ich bin über den Zaun gesprungen. Und wurde deine Waffe an. Ei, Milka Gabi. Der Papa war ein aggressiver Bauer. Was haben wir da denn? Fossilienduell. Okay, Fossilienduell, das ist auch mit dem LKW. Was nehmen wir denn jetzt hier? Alter, ja, aktualisieren. Flügelmänner. Gibt es so ein ganz normales Auto, dann gibt es uns auch. Ja, gibt es. Aber halt mit Flugzeugen. Nein, nicht mit Flugzeugen. Bitte. Lass mal hier... Ach komm. Ich wäre hier für Fallschirm. Mach den Verkehr bitte an. Die Klammer schon an. Bei Onkel steht der Verkehr immer an. Der verkehrt immer. In den falschen Kreisen. Ich sitze immer verkehrt herum. Na gut, der war nicht gut. Der war nicht gerade so aus. Doch, das war ein Supersport. Ey, das war ein Sparwitz, ja. Einer lacht für alle. Püso. Genau. Sparwitz. Oh Mann. Gleich mache ich einen Atomwitz. Alle strahlen. Ohohohohohohohohohoho. Ey, da sagen die bei Fallout auch immer. Der Jeremy Nader schreibt grad, das war grad Bauersuchtefrau... In GTA. Ich muss alles pissen und rauchen ja du steckst im verkehr fest entspann dich doch mal was ist denn los mit dir was ist denn mit dir nicht was ist denn los mit dir möchtest du drüber reden 5 Bier drücken? 5 Bier seit der letzten Pause oder was? also 5 Bier heißt ja 5 mal genippt nee 5 Bier warte mal ich habe 1 vor der Aufnahme getrunken und jetzt während der Aufnahme können wir jetzt fortfahren? drücken ja ich bin bereit was du bist breit ich bin breit nimm mir mein Dings nicht weg ja nimm mir mein Herz zurück du brauchst meine Tode nicht pssch pssch Mal Krüme meetings krüme 할�me 没 друзья oh guck mal 2 Grüne ich habe die Rechte da grönt der Maier haa haa ger Alice Reich Oh, wir müssen doch da lang, ey. Oh, was ist denn kaputt bei euch? Aber übel, ne? Was ab, seine Karre! Warum seid ihr so langsam? Falsche Richtung? Noxi, tschüss! Oh, danke! Was hast du denn für ein Auto? Das geht doch gut ab, das Teil, ne? Die Kiste von Tesla oder sowas. Elektro-Auto! Elektro-Auto! Drei-Ratte. Oh Gott, ey. BAM! Mann, der Mist-Sack! Mann, du Schwein! Helm, die Leertaste bedeutet Handbremse, ne? Ich weiß, ob du das schon weißt. Und wie ich beim Lenken wieder auf der Hupe komme. Ach, da lang! Bist du so fett, Chris! Was? Bist du so fett, dass du beim Lenken auf der Hupe kommst? Das ist einfach nur ein hin und her. Das ist einfach nur ein hin und her. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wow. Maxi hat mich überholt, natürlich. Boah, das ist doch der Helm wieder hinter mir, oder? Der bist doch grün. Nein. Nicht nasschen. Na, jetzt häng ich jetzt im Scheiß-Auto! Ey, geh weg, du Scheißvieh! Oh Gott! Jetzt häng ich hier fest! So, haben wir nicht gewettet. That's what she said. Oh nein! Doch! Nein, 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 nein! Boah, das war jetzt, das hat mich richtig nach hinten geworfen jetzt. Habt euch mal weg da vorne. Das ist immer noch erster Pissen, ne? Alter, meine Räder stehen ohne Scheiß im 30 Grad Winkel, aber vertikal. Bei welchem Mechaniker was du willst? Die können auch wegbrechen, ne, die Dinger. Nein, die Schicksal! Nein, 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 nein! Maximale, meine maximale Geld. Aber da ist noch einer auf eins. Scheiße, den kriegen wir nicht mehr, der ist nie zu weit weg. Ach, Mann! Wer ist denn ganz ohne? Den können wir noch kriegen. Ich nicht. Was ist denn das für ein Auto? Was der hat? Ihr Gurken! Oh, Mann! Aber echt mal, was hat der für ein Auto, dass es so abgeht? Halt die Richtung, danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis. Die Infernus! Die Infernus? Ja, es gibt hier so Imbrakanen, die haben wir damals in der ersten Staffel gar nicht genommen. Da kommen sie schön entgegengeflogen. Wollen mich unbedingt sabotieren, die Hunde. Ja, macht das! Der Infernus ist keine Imbrakanen. Der ist halt Infernus-mäßig. Oh Gott! Genau, der entfernt sich gerne. Ey, da kann man, ey. Der kann halt fahren, ey. Der kann halt fahren, ey. Entfernt sich von allen anderen. Der Gabax kam mir schon entgegen, ey. Das war ich. Der kann nicht. Gabrovski. 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 Oh, Mann. Wahnsinn, ey. Ich hab da nie so eine scheiße Map gesehen, echt. Was für den? Oh, was? Ich hab ja ne Super Map, aber da müsst ihr mich mal dazu brennen. Hä, das ist ne Autorenne, die waren, da gibt's nochmal nicht nur gerade alles. Ja, aber, weißt du wie ich mein? Ne. Ne, da gibt's doch nichts. Hallo, ich hätte ne Super Map für euch, die ist auch ein bisschen Geschick gemacht. Krieg ich dafür auch Bonus, dass ich jeden Baum ram? Ja. Ja. Ja, natürlich. Was meinst du, warum Helm ganz vorne ist? Ne, der macht das ja nicht. Deswegen haben wir ja keine Bäume mehr. Weil Helm ist ein Baumschubser. Oh Gott. Runde 4, ich hab jetzt die Runde 4 erreicht. Oh, du scheiß Gegenverkehr hier. Oh, oh. Ihr Helm? Warum heißt du eigentlich Helm? Wegen der Üna. Richtig Antwort. Das war aber ne gute Antwort jetzt. Ja, ja. Hätte ich jetzt nicht, äh, nicht erwartet. Das kommt mit Ziel. Oh, da bin ich mit Ziel. Warum das denn? Was ist denn mit Ziel? Nein, 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 nein. Ach, mein Gott. Schau euch Garbax zu. Lalalala. Guck mal, Garbax. Ach, ich bin durch. Okay. Ja, das war mal geil. Ich bin durch, ja. Ich... Ja, ich hätt mal ne Warnung, schau euch zu her. Ey, geil, oder? Da müssen wir doch aber erst wieder, dann müssen wir doch aber erst wieder einen freien Modus wechseln. Rivano, wolltest du nicht, äh, mal durch das Ziel kommen? Das ist richtig. Ja, ja, ich werd's vielleicht morgen schaffen. Der hätt ich fast so gerundet. Aber leider. Oh, nein. Da müsst ihr mit dem Auto oder Motorrad fahren und da sind verschiedene Sprünge, die man gezielt, äh, winkelt. Was tust du? Erfahren. Wer redet am Hintergrund? Ja! Ey, Arschloch. Für den Ziel. Hey, 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 hey. Alter, das Spiel wurde vor dem Ziel beendet. Wahnsinn. Obwohl du vor dem Ziel bist. Ja, Wahnsinn. Wer hat denn gewonnen? 11. 11. 11. 11. Der Zebraschlachter. Der Zebraschlachter. Der Zebraschlachter. Der Mann mit der geilsten Hose. Ja, du hast die Zebra gekillt und angezogen. T20 hat er, aha, okay. Ein Zebra ist vermisst im Zoo. Komm, wiederhol doch alles jetzt. Ja, Rivano, willst du mal den Papp bänden? Der ist ja los. W schon wieder Ende oder was? Ja. Ja. Ehrlich? Ja klar. Zeigt mir euren, was? Mach doch mal. Zeigt mir euren coolen Blitz. Mach doch mal Schluss jetzt. Los, komm. Ja, ich mach ja Schluss. Aber nicht mit euch, sondern mit der Folge. Alles klar, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, live und natürlich für die Aufnahme gucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Reingehauen. W-A-N-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Vielen Dank.